Salut miteinander! Der Festival Langsenseine findet momentan statt und stellt drei Theodor Stegler vor. Theodor Stegler in einer regionalen Sprache. Eins aufwälsch, ein anderes aufblatt und ein drittes aufwälsch an sich. Das letzte heisst Alieb. Und wir werden jetzt probieren, ihr Lust zu gehen für Sendeck. 30 Jahre! Freue ich jetzt, dass ihr mich holen darf! 30 Jahre! Ich glaube wohl, das ist ein Ataub geworden. Das Gatel ist auch all die Freude. Und Ramon de Schoog, einem Oligamal-Grenou, ist schon 30 Jahre gestorben. Noch im Krieg hat er noch 15 Jahre gelebt. Das Paarli hat sich aber nie mehr richtig gefunden. Wie den Sonnen, wie ich vom Krieg heimisch gekommen bin. Wir haben uns festgehalten mit dem Schoog, ganz nach, bis zum Morgen, ja? Aber es ist nicht gegangen. Das Gatel will verstehen, was der Schoog, noch nicht zurückgekommen, empfunden hat. Ohne zu retten. Die Frau, die ist jetzt ganz allein und die hat ein Brust in den Ohren. Die Stimme des Schoog kommt in den Ohren. Und auf einmal kommt etwas vor, die zwei sind wieder miteinander und können wieder etwas sagen, was sie in den Nähen haben können. Was hat er dort gemacht? Hat er mir ein Lied umgebracht? Es kommen auf einmal so besondere Geschichten auf. Es macht den Schoog auf einmal existieren. Und es bringt auf einmal auch so das Leben, wie man alle kann sperren. Das Gatel und den Schoog befreien sich durch die Affenmonologen. Sie tun aber indirekt, ganz intim, dialogieren. Ich komme heim und du sprichst Blöme, du spielst Klopfer, du riecht das Asse, du lächelst, das hat doch keinen Sinn. Ich war ein Schock. Ich schwor. Die Musik verreinigt sie. Sie spielt eine Rolle von der dritte Person. Die Musik ist wie ein Angel oder wie ein Saschfamm. Sie hilft den zwei, etwas zu lieben und etwas zu berühren. Die Musik verreinigt sie und ihre Transzendenz fehlen. Der Schock effektiv auf der Bühne existiert nicht als Mensch, aber als Geist. Auf diesen Ort sind wir gegangen und haben gedacht, wie können wir das machen, auch mit den Leistern. Wie können wir die Verbindung machen, wenn einer nicht mehr da ist und der andere noch da ist oder umgekehrt. Das Dorf offenbar ist. Die Opschbeim ums Dorf herum. Das Dorf offenbar ist. Das Dorf am Rand vom Wald. Das Dorf offenbar ist. Das Dorf am Rand vom Wald. Das Dorf des Dorfes vorzubereiten. Es ist nicht ein Dorf. Er ist nicht der Dorf gekommen. Er ist nicht depressiv heimgekommen von einem Greil. Verstehe ihr, Wernst du? Ähm ... Es gab ... Aber seine Suche hat er schon gesagt. Auf den Beinen wird aber praktisch kein historisches Ereignis oder Totum erwähnt. Das Geschirr, das es selbst traumatisiert hat, soll allgemein bleiben. Malgré nur, die Juden, das ist auch für die Poesie. Jetzt bin ich tot mit. Jeder hat seine Geschichte im Saal. Dass jeder seine Geschichte kann erzählen. All jetzt wird Hezova in Schlettsstadt gespielt, am ersten Hornig in Sorgemin und am vierten in Sulsundromwold. Es ist jetzt Zeit für Frau oder Frech mit Jules Ockermann von Meinen Schofen. Er ist 13 Jahre alt und er fährt gern Korpfer mit seinen besten Kumpels. Ich heiße Jules, ich bin 13 Jahre alt und ich wohne in Meinen Schofen. Wie viele Klasse bist du? In der 4. Jahrhundert in Boxwiller. Was machst du gern? Wenn du keine Schöne hast? Fischen mit meinen besten Kumpels. Wie fischst du? In Manischofen, am Weich. Und was fischst du? Große Korpfe. Und was machst du dann mit? Ich lasse wieder im Wasser. Töne ich nicht essen? Gerade vor allem. Wer kauft sie dann? Die Mama. Wie lange fischst du schon? 2, 3 Jahre. Wer hat das gelernt? Meiner Papa. Was hast du gern? Krumbagenäpfle. Bist du frach oder frech? Frech. Mit wem bist du frech? Mit meiner Schwester. Sie verzehrt mich. Mit wem redest du Elsassisch? Mit Oli. Ist es einfach Sommer oder Winter? Winter. Ich habe gerne Schleder machen. Wie machst du Schleder? Äh, Ombari. Machst du Sport? Judou und Pingpong. Was willst du machen, wenn du gross bist? Schreiner. Warum schreiner? Ich habe gerne Holz. Wishب,age los. Musik- Musik- Musik-